Oh, verdammt, ey. Unter mir ist dieses blöde Boden-Ding. Ja, dich kriegst du aber von unten schlecht kaputt. Du musst eine Granate gegenschmeißen oder so. Hä? Hinten am Fenster. Hä? Oh, und... Was machen sie? Du kriegst du von unten schlecht kaputt? Du Arschloch. Als hätten sie es gewusst, ne? Hallo, Sascha. Hallo. Darf ich vorstellen, dass sie ein Jahr lang kackbratzen? Ja, aber andere kackbratzen. Kacken ist geil. Ja, mich kennt er ja. Ja, ich weiß nur deinen Namen grad nicht mehr. Ich krieg nicht kacken. Ach, Nico. Das ist der, der keinen Stipp langsam mag. Den Namen muss man nicht kennen. Ja, merk ich mir jetzt die nächsten drei Stunden und dann ist gut. Wie gesagt Sascha, das ist der, der keinen Stipp langsam kennt. What? Geh nach Hause. Wie kann man... Was? Wie kann man nur? Was? Schäm dich. Nico mag keinen Stipp langsam. Schämme dich. Ich versinke im Boden. Ohne Scheiß. Geht doch gar nicht. Noch fünf Sekunden. Gerät wurde aktiviert. Ich mach vielleicht... Au! Warum hab ich direkt nur noch halbe Leben? Wer... Wer... Wer war das? You have betrayed me! Markus? Ich hab nichts getan. Ja, ja. Warum bin ich dann auf einmal explodiert? Das weiß ich doch nicht, warum du explodierst. Ich hab keinen Bock. Ich muss mich alleine machen. Hey, ich bin tot! Wie geht das denn? Ach, laber doch kein. Oh, wenn ich sowas schon sehe. Die haben da schon wieder ein Schuss-Guckloch. Schuss-Guckloch? Was sieht aus, dass wäre der Hulk durchgerannt, alter? Schuss-Guckloch? Ja. Ändert sich Schuss-Guckloch und es sieht aus, als wäre Hulk durchgerannt. Nee, das ist so ein... So ein Spiegelloch. Au, 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 au. Und die haben das sogar unter Strom gesetzt. Ich würde auch 188 leben. Heil. Fickt euch. Ich bin ein Dick. Fum, 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 fum. Hey, wieso haben wir verloren? Ha, ups. Ja. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ist das dein Ernst? Da war ja was. Manifusing hostage message. Manifusing. I don't know what could go wrong there. Oh, man. Oh. Das muss der Reon MVP bei der Gegner sein für die Aktion. Eigentlich schon. Oh, guck mal, ich habe 0 Punkte. Ey, ich bin besser als die beiden. Ey, wow. Ja, du kriegst dir gleich 500 Punkte abgezogen, wenn du die Geisel tötest, ne? Hauptsache mal so eine 0 Nummer gemacht hier. Also jetzt gehen wir hier raus und laden den Sascha mal ein, was? Ja, ja. Ich setze mich ins Atom-U-Boot und schieße eine Atom-Rakete auf die. Okay. Ich habe Geisel getötet. Ich habe keine Geisel. Natürlich gibt es eine Geisel. Gefahrgutbehälter hier, Arschlöcher. Aber jetzt, wie benutzt du das? Ach, damit benutze ich das. Komm, ich mache mal den, ja. Stacheldraht zerstört. Willkommensmatte zerstört. Du hättest mich fast getroffen, Mann. Hätte ich nicht. Ich wurde entdeckt. Wie? Du bist nur da hochgekommen. Treppe? Hier ist keine Treppe. Da ist einer links. Warte, Sascha. Nicht reingehen. Nicht reingehen. Oh, du fällst nie sehr geholzt. Verdieter, Uhrensohn. Was? Ich bin tot? Hat er mich durch die Wand erschossen, oder was? Alter, ernsthaft? Woher wusste der, dass ich starb bin? Ah, nee. Der kam von hinten. Ach, der von hinten kam. Der Scheiße. Alter. Markus. 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 Mach dir keinen Stress. Wir schauen dir alle zu. Ja, alle. Ich habe gerade einen Gegner markiert. Drück mal C, bitte. Einmal reichen. Brauchst du nicht durch die Tiebecken. Oh Gott, Mann. Alter, der Markus hat so eine Unverschämtheit. Ich meine, ne? Es ist Wahnsinn, ne? Alle anderen hätten direkt 17 Headers bekommen. Ich habe doch nur einen verletzt, ne? Ja. Verdammt. Aber der sich da hochgerettet hat, der ist ja. Verdammt. 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 Verdammt.